Wir schauen uns die rechten Schultern an, das heißt, Herr 2 guckt nach oben, Dame 1 guckt nach unten. Wir gehen vier Schritte in die Blickrichtung, wenden uns dann nach rechts und gehen weiter nach vier Schritten. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sieben, acht, sieben, acht, sieben, alle zur Mitte. Wir werden jetzt einen Double in die Mitte gehen und mit einer Drehung um links wieder zurück auf die Endposition. Am Ende dieses Taktes werden wir klatschen auf die Letze. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, wunderbar. Das gleiche wieder zurück. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und zur Mitte. Eins, zwei, drei, rechts, fünf, sechs, sieben. Die Paar 1 werden auf vier Schläge auswenden auf den Zweierplatz. Die Zweier werden in der Zeit hochführen. Und eins, zwei, drei, vier, wir machen alle Setting Steps links, rechts, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt kommt mal eine Kette zu zwei Händen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt machen wir wieder Setting Steps links, rechts, die ein bisschen zurückfallen und danach einen Platz wechseln. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Die Abschlussfigur. Die Zweier werden auf acht Schläge am großen Bogen auf dem Einserplatz einfach weiterlaufen. Die Zweier werden mit einer Ronde herunterkreise, die Einser werden mit einer Ronde auf dem Zweierplatz herunterkreise. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und eins, zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das war's. 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 Das war's.